Mein Arbeitsplatz ist im Klinike Autohaus Baunertal und dort mache ich eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Ich mache eine Ausbildung zur Automobilkauffrau im Klinike Autohaus Hessen-Kassel. Ich lerne Kfz-Mechatronik an dem Standort Bauw Zentrum Kassel. Klinike bildet an 15 Standorten mit 13 Berufen aus. Aktuell sind wir 220 Azubis und kommen aus 11 unterschiedlichen Nationen. Das Spektrum ist riesig. Wir arbeiten an PKWs unterschiedlicher Hersteller, an Wohnmobilen, Oldtimer und sogar Bikes. Kommt zu Klinike! Auf dem Klinike Youngsters Instagram-Account teilen wir News und was gerade bei uns so abgeht. Zum Beispiel, wenn neue Fahrzeuge reinkommen oder es ein Gewinnspiel gibt. Wir beteiligen uns aktiv an der Suche nach neuen Auszubildenden. Zum Beispiel auch über unsere Ausbildungsvideos, welche wir selbst gedreht haben. Ich finde es super, dass wir von Beginn an an die Hand genommen werden und neben der Fachkompetenz noch viel mehr lernen. Es gibt externe Seminare, zum Beispiel zum Thema Gesundheit. Dort geht es nicht nur um Arbeitssicherheit, sondern auch um Stressmanagement oder Ernährung. Wir arbeiten zusammen und feiern zusammen. So macht Ausbildung Spaß! Wir haben einen neuen Ausbildungsvideos, dem wir schuldig machen. Heute geht es nicht nur um Keeping das all. Ich bin ganz übel hier aber da. Machorgerin wendert. Untertitelung des ZDF, 2020